Sehe Beep von peinlichen Kindern, ich zwei Sekunden später. Kommt mit, meine Freunde, Abenteuer! Abenteuer! Sagtag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crip. Ja, wir können auch erstmal jetzt nochmal diese Videos abchecken, die der Thomas mir geschickt hat. Deutsche Memes, sieht man das? Aha. You looked extra, okay. Wir schauen nie deutsche Memes. Das ist das erste Mal, dass wir uns jetzt deutsche Memes anschauen. Ich bin definitiv sehr gespannt, was mich jetzt erwarten wird. Ob das überhaupt witzig ist? Du träumst vom Arm, lelelele. Doch du bist pleite, lelelele. Hä, ist das, ist das, das ist doch Karl S., oder? Ist das seine Stimme? So, Leute. Karl hier. Peace, Leute. Was geht ab? Sieht man das? Ja. Oh, Mann, Alter, weil der Handschuh so iced out ist. Das war lustig. Brrra, Bruder, bis auf. Bis auf. Unerwartet. Den Jova Channel ist ein reiner Channel. Boah, sah der Jung aus. Fast nicht erkannt. Einfach Unge. Den Jova Channel ist ein reiner Channel, auf dem möchte ich aber nur Englisch reden, damit ich eben mein Englisch ein bisschen verbessere. Damit ich eben mein Englisch ein bisschen verbessere. Wir all try to speak, äh, Englisch, and we hope to, äh, that, äh, we hope that we can do this. Boah, Alter, Unges Englisch ist echt eine Katastrophe, Mann. Das ist Unge gewesen. Das ist Unge und das nicht. Das ist Monte gewesen. Oh, es ist so crazy. Irgendwie, wenn man jeden Tag Videos sieht, auch so von Unge zum Beispiel, da hat man schon komplett vergessen, wie die vor drei, vier Jahren aussah, dann ist es immer so ein kompletter Schock. Dieses Überraschungs-Eis für dich, und wenn du es nicht öffnest, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar ein zweites. Oh. Oh, oh, oh mein Gott, da ist ein riesiges Überraschungs-Einsdrehen, du kannst mit Schokolade. Hä, warum ist Prinz Markus so? Kann mir das jemand erklären? Warum ist der so ein Meme? What the fuck? Ich check's einfach nicht. 187. Wenn mein bester Freund von seinem Crush gekorbt wurde. Das ist der true best friend. So real. Leute, ich hab mein Auto angeditscht, da hab ich so einen Kratzer bekommen, ey. Scheiße. Kompletter Automarsch. Dafür killen, Mann. Oh, kann man das essen? Das sieht irgendwie voll lecker aus. Du bist phänomenal, phänomenal. Wie du dich bewegst, ist nicht normal. Die anderen Frauen sind mir egal. Du bist phänomenal, phänomenal, phänomenal. Was geht ab, Frankie? Schreibe in meine Bewerbung fließend Englisch als Fremdsprache. Auch ich. 1, 2, 3, 3, 5, 4, 6, 7, 9, 10. Dieser Moment, wenn Besuch deine Sachen anfasst. Ich werde jetzt richtig sauer hier drin. Ist das so bei euch? Ich kenne auf jeden Fall einen Kollegen, der da, da darf man gar nichts anfassen. Da darf man ihn auch nicht anfassen, aber ist verständlich, aber nichts von seinen Sachen darf man anfassen. Bei mir ist das nicht so. Bei mir kann man anfassen, was man möchte. Auch kök. Hauptsächlich kök. Echt krass. Bei so vielen ist das so bei euch? Also bei mir ist es nur, wenn man meinen Vape anfasst, dann bin ich immer so, ey, der, wenn der kaputt geht, ne? Das ist mein Leben am Arsch. Hey Franz. Ja, Jimmy. Was geht? Ich habe hier das Wort 50 Euro. Willst du mich leimen? Ey, die beiden, ne? Die habe ich jetzt öfters gesehen. Vielleicht habe ich die sogar auf TikTok gesehen. Da haben sie sich so mega weird, cringy-mäßig gestritten. Instagram-Rapper, wenn sie 100 Klicks haben. Oder ich kenne die meisten oder jeden hier. Die drehen ja... Ich bin nicht nur von Aston Borbeck der Geilste, ich bin generell der Geilste. Alter, wie kann man so wack sein? Wie kann man so wack sein einfach? Also man muss doch ganz klar sagen, okay, ich spiele diese wacke Rolle einfach, um zu polarisieren. Aber kein Mensch kann da wirklich so ticken. Ich verstehe das nicht. Aber ohne solche Menschen hätten wir weniger Internetleute. Deswegen müssen wir diesen Menschen dankbar sein und hoffen, dass es immer wieder solche Menschen gibt. Die beste Szene. Die allerbeste Szene. Und jetzt ist es die wackeste Szene. Wie war die Arbeit, Mehmet? Das war Eskalation. 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 Eskalation, 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 Eskalation. Was ich da gemacht habe, sage ich hier lieber nicht. Aber auf jeden Fall Eskalation. Ja, Manuel ist das irgendwie... Ich habe schon so viele Ausschritte gesehen, wo der sich permanent wiederholt. Das ist gefühlt so sein Signature. Boah, ist er schnell. War schon lustig. War immer was anderes auf jeden Fall. Ich habe noch einen Link bekommen von Thomas. Wir schauen da auf jeden Fall auch mal rein. Okay, das ist der Herr der Steine, ne? Mädchen, hast du mir gerade etwa auf den... geschaut. Nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Geht so eine Wurzeln flippen. Jo, geht eh kaputt. Und Holger, oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Boah, geil. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt? Ich habe von Aqua bestellt und Adelo kommt an. Was ist das eigentlich für eine Schweinerei? Ey, Kiel, der ist so herrlich. Ey, der hier, Jerry Fragrance, der war auch damals Tänzer und macht immer so in seinen Videos so komische Moves und macht so hauptsächlich Parfum. Ich weiß nicht genau, in was für einer Branche der arbeitet, aber irgendwie ist der so extrem erfolgreich mit dem, was er macht. Ich habe ein bisschen mal reingeschaut, aber ich weiß nicht, was er macht, außer über Parfums reden. Das ist halt enorm unangenehm zu gucken. Moment, Moment. Der kann eigentlich mehr. Jerry Fragrance Breakdance. Der auf zwei Channels, einer auf eins auf Deutsch, eins auf Englisch, einen auf Deutsch. Oh mein Gott, mein Deutsch ist halt weg einfach, ne? Jerry Fragrance ist ein Mysterium auf YouTube, der irgendwie viel mit seinem Auto hier pollt. Der Typ ist ein Mysterium einfach. Ich weiß nicht genau, was er macht, auf jeden Fall. Hier, hier, das ist der. Verträumter Blick, durchtrenneter Körper. Jeremy Williams aus Bonn ist ein Frauentyp. Total. Das ist Jeremy Fragrance, der Typ, den ihr von TikTok kennt, aber oder von seinen Parfums oder von Justins Reactions. Tägliches Tanztraining für ihn selbstverständlich. So weird, irgendwie zu sehen. Ich weiß dann einfach nicht, was seine Mission ist. Auf jeden Fall, das ist er. Die eine ist für mich ehrlich viel zu fett. Die andere sieht aus, als wäre sie gerade von der Reeperbahn fertig gekommen. Rauchst du? Ne. Nimmst du Drogen? Nö. Nimmst du Alkohol? Nein. Was willst du denn hier? Ey, ist alles so kaputt einfach. Die Menschheit verblödet einfach. Endstation Wildnis. Was ist das wieder für eine Show? Katastrophe. Wallah, wallah, ich mach genau so und noch schlimmer. Ich mach so noch mal und noch schlimmer. Hab ich gesagt. Manuelzen wiederholt sich. Und da ist er wieder. Unser Freund und Tänzer. Jeremy Fragrance. Was hat er heute für uns? Wenn selbst Haare schneiden zur Kriminalität wird. HMDL, die Verbrecher werden geschnappt. Er komplett lost einfach. Ich wollte nur meine Haare geschnitten bekommen. HMDL heißt Hamdula. Okay, weiß ich jetzt Bescheid. Oh, das ist der Typ, der Pokémon Go gespielt hat mit so 36 Handys oder so. Sein Leben komplett geopfert hat für dieses Spiel. Wenn die Rente positiv kickt. Guten Appetit. Ich danke Ihnen auch. Ich fünf Jahre später. Als ob fünf Jahre später erst die Erkenntnis kommt. Merkel, Kontakt mit Menschen ist verboten. Ich. Einfach ein Schaf. Was ist das? Ein Schaf. Ey, es gibt so weirde Situationen, die passieren. Diese Videos halten es einfach fest. Diese Videos sind so wichtig, damit wir wissen, was auf dieser Welt passiert. Ich bin ein Star-Subi-Naymar. Und der Richter schreibt, ich war der Täter. Doch Kapitalber, du bist Joker. Wie Jungs ihren Schwanz an einer, die Lara präsentieren. Doch Lein ist nicht nur treu, sondern er kann auch Tricks. Der. Oh Gott. Mädchen haben ihre Periode, jemand atmet zu laut. Das ist euer Problem. Hört doch auf. Ey, das geht zu schnell. Thomas, nachdem er eine Woche mit Ahmed chillt. Alla lan fanta, meine Damen und Herren. So klingt sie, die deutsche Sprache von morgen. Ey, da ist er wieder. Wie oft kommt dieser Mensch noch? Ich hatte ungefähr bis zu 15 Schlägereien in meinem Leben. Das kam gerade echt Out of the Sun. Es könnten noch mehres sein. 3 Uhr morgens, ich will mir was zu essen machen. Meine Tür. Eigentlich, also ich zeig das nicht nach außen, aber eigentlich bin ich sehr intelligent. Ey, solche Aussagen trifft man nicht, wenn man wirklich intelligent ist. Weil es ist ja intelligent, nicht dann darüber zu reden, dass man intelligent ist. Sehe Beep von peinlichen Kindern. Ich zwei Sekunden später. Wir gehen jetzt gucken, Bruder, was da abgeht alle. Kommt mit, meine Freunde. Abenteuer. Abenteuer. Scheiß, ernst. Scheiße. Scheiße. Helium. Was zur Hölle ist das? Was passiert hier überall? Wala, mein Hund beißt nicht. Oha. Die geht nicht. Ja, nix kommt an Coffin-Memes ran. Muss ich ehrlich sagen, nix kommt an Coffin-Memes ran. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017